Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Hunger Games bei Pluck and Jay. Ich bin, warum auch immer jetzt irgendwie Turtle, frag mich nicht was mir das bringen soll, ehrlich gesagt. Ich bin ja jetzt gerade alleine, äh, Kit ist wie gesagt Turtle, äh, irgendwie habe ich aber keine Sachen. Was bringt mir denn Turtle? Oh lol, gut, dass sich die Lava erst daneben so ganz knapp, äh, rauskristallisiert. Rundkristallisiert ist auch sehr schön. Aber nice, ich finde hier nix, ist auch nicht so geil. Eben mal schnell ein bisschen Holz sammeln, wie immer. Oh, ich glaube, das wird eine schlechte Runde, oh, das wird eine schlechte Runde. Nee, gerade reingejoint, dann ging's direkt los. Hab hier schon, äh, mal dickfett Dingens bekommen, sag mal schnell. Ha, was hab ich denn jetzt bekommen? Ach, ich bin gerade selber verwirrt. Genau, ich hab jetzt hier auf 1, 2, 6, äh, hochgepatcht. Lol. Das leckt wieder. Minimal. Aber sonst sollte das klappen. Ja, äh, der Herr, ähm, wie heißt er nochmal? Dingens hat sich nicht gemeldet. Der, ihr Minecraft, bla bla, weiß ich nicht, was wäre. Jetzt ist es auch zu spät, weil, äh, die letzte Folge ist von PluginJ. Okay, erstmal, also nicht die vorletzte Folge von PluginJ und damit die letzte Folge von Minecraft Hunger Games. Da kann ich dann leider auch nix für. Äh, ja. Erstmal, was würde ich jetzt hier gerne so, ich will, ich würde gerne Pilze finden. Invisibility wears off, ja, sehr schön. Ist gar kein Problem. Warum lädt der denn so langsam nach? Das ist echt seltsam. Krieg ich das damit nicht? Ah, ich brauch dafür eine Steinhacke, ne? Ich brauch dafür eine Steinhacke, Mama. Ja, die anderen, äh, Jungs haben ja mit CubeWorld angefangen. Hätte ich auch gerne gespielt. Ich echt auch gerne mitgespielt. Aber, äh, ja, leider nur mit, äh, mit wie viel Spielbar? Mit wenigeren Spielbar. Mit, mit, mit vier Leuten Spielbar. Ist echt schade. Da machst du nix. Da machst du gar nix. Ah, hab ich mich erschrocken. Fick dich. Stirb. Alter Vater. Hab ich mich erschrocken. Hat aber leider kein Futter für mich. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was mir der Turtle scheiß bringt. Aber wir gehen mal hier durch. Vielleicht kriegen wir ja noch ein bisschen, wir haben hier mal ein bisschen Kohle. Dann haben wir halt kein Futter. Dann gucken wir mal, ob ich irgendwann von jemand anderem Futter hole, wenn ich gleich auf Jagd gehen sollte. Den Chat hab ich kleiner gestellt. Vielen Dank nochmal für den Tipp mit der Skalierung. Weil das war echt nervig. Eigentlich könnte ich ja auch die Steinhacke dafür nehmen. Und dann könnte ich eigentlich eben schon mal das Eisen brennen. Machen wir das doch mal eben. Na, wir brauchen erst nochmal Steine. Mal schön den Rücken sichern. Klammer jetzt. Ach, da, aber nochmal Eisen. Hammergeil. Das ist doch schön. Das ist doch mal alles hier schön. Zack, zack. Dann können wir hier weiterbauen. Dann machen wir uns ein Eisenschwert. Mal gucken, was da noch da rauskommt. Wir sind auch noch 19 Spieler auch hier drauf. Gucken, wie lange wir denn hier überleben. Natürlich cool, wenn wir länger überleben. Natürlich geil, wenn wir das gewinnen. Das wäre natürlich hier wieder das. Das 0 plus Ultra, sozusagen. Aber ich glaube, das wird arg eng. Ach, guck mal, jetzt steht da sogar der Attack-Damage bei. Das ist ja cool. Neuer Patch, ne? Sozusagen. Das ist nice. Das ist neu. So. Gucken wir mal nochmal hier, ob wir irgendwo hier Eisen finden. Labe. Aber. Finden wir sogar wieder Eisen, tatsächlich. Das ist natürlich ziemlich nice. Was wir hier am Glück haben. Das nehmen wir natürlich direkt mit. Viele sind zwar nicht, aber immerhin. Bumm. Wir haben auch noch relativ viel Futter. Vielleicht liegt da da. Ich weiß nicht, was bringt uns denn der Turtle? Der Turtle. Das Turtle-Kit. Man weiß es nicht. Ah, lol. Hier ist ja mega viel Eisen. Ist natürlich echt cool. Immer nur so zwei Happen manchmal. Aber egal. Aber jetzt müsste ich mal so langsam, glaube ich, zurückgehen. Wird auch dunkel. Nicht, dass uns hier gleich einer entgegenkommt. Komm, komm. Den nehmen wir auch noch mit. So. Jetzt hier aber schnellstens zurück. Wo rennen wollen wir lieber nicht. Das ist doch doof. So, wo war jetzt hier unsere Mini-Höhle? Irgendwo hier war die doch. Das ist echt gerade ätzend hier. Da. So, jetzt zack. Wir machen aber nochmal einen Ofen. Doppelt hält besser. Das ist mir hier so eine Brustplatte. Jetzt bräuchten wir echt nur noch Futter. Schuhe. Auch schön. Steht denn da auch die Verteidigung dran? Ah ne, das haben sie noch nicht geändert. Sind die denn weit weg? Skyrun. Man weiß es nicht. So, mit wie viel brauchen wir jetzt? Dann, glaube ich, nochmal sieben, oder? Noch sehe ich nichts. Ob hier was kommt oder nicht. So. So. Boom, 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 boom. Mach. Halt diese Licks da in dem Legen. Das ist echt manchmal ganz schön nervig. Komm, Junge. Wir brauchen doch nicht mehr viel. Nice. Ups. Hammer geil. Das sieht doch mal nett aus. Oder? Damit kann man doch leben. Machen wir noch eine Eisenhack. Dann verbrauchen wir gar nicht, ne? Machen wir denn da mit? Einen Eimer. Einen Eimer hört sich doch super an. Einen kleinen Eimer. Ja. Nehmen wir mal die Sachen hier wieder mit. Kann man bestimmt gebrauchen. Und dann gehen wir mal gucken, ob wir jemanden kaputt kriegen. Und dann gehen wir mal gucken. Erstmal würde ich gerne dann auch die... Irgendwas hier leer kriegen. Äh. Leer kriegen? Was labere ich? Was labere ich denn hier wieder? Versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren auch. So. Guck mal. Oh, hier war ja einer in der Nähe. Da ist ein Creeper. Da will ich mich nicht unbedingt anlegen. Guck mal. Hier können wir so lange schon mal Wasser reinmachen. Sicher ist sicher. Aber wenn wir Lava finden, würde ich natürlich eher lieber die Lava nehmen. Um ihn dann abzufackeln. Hier müsste da irgendwo Holz geben. Ach Holz. Hier Pilze geben. Pilze würde ich gerne haben. Guy Nielsen. Das sieht ja richtig crazy aus. Mit so einem unteren Durchgang durch die... Durch den Berg hindurch. Ist ja mega witzig. Was? X 400 Z 200. 400. 200. Ah. Alter. Guy Nielsen. Hat mich getötet. Und ich habe nicht drauf geachtet. Verdammte Scheiße. Ah. Fuck. Hammerärgerlich. Richtig ärgerlich. Okay. Dann machen wir hier mal direkt weiter. In zwei Minuten geht es los. Alles klar. Das machen wir noch mit. Was auch immer der scheiß Turtle war. Switcher. Was ist denn der Switcher? Keine Ahnung, was der jetzt ist. Stomper. Switcher Trapper Turtle. Was macht denn der Turtle? Der hat uns gar nichts gebracht irgendwie. Boah, wir hatten echt eine volle Eisenrüstung. Und der Mongo hat uns von hinten einfach platt gemacht. Das ist ganz schön ärgerlich. Habe mich aber richtig wegbumsen lassen. Wow, wow, wow. Das war ja crazy hier. Okay. Erstmal hier ein bisschen die Gegend betrachten. Aber hier ist irgendwie so. Da ist so alles klar. Da wollen wir natürlich dann direkt hinrennen. Minus 150, 80. Okay. Gibt es denn hier auch noch die Fliegenpilze? Ja. Okay. Das wäre doch mal ein guter Anfang. Da habe ich mich echt richtig natzen lassen. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber machst du echt gar nichts. Gar nichts machst du da. Das ist ein relativ großer Sumpf. Aber irgendwie sieht der dann auch ein bisschen komisch aus. Aua, wir brennen. So, gleich geht es los. All Kids Trapper. J Team. J hoffe, du kannst Hotkeen. Wat? Natürlich kann ich das nicht. Was ist denn Hotkeen? Wahrscheinlich 1, 2 und 3 drücken. Egal. Wir werden das schon hinkriegen. Woher wissen die überhaupt, dass ich da jetzt gerade am Zocken bin? Das frage ich mich ja mal gerade. 150, 80. So, ab in die Richtung hier. Hopp. Wir müssen Gas geben. Alter, hier brennt schon alles. Okay. Wo war das denn jetzt? Oder war es minus 80? Scheiße. Egal. Erstmal hier durch. Warum? Hier waren wir aber. Hier war doch nicht so ein Ding. Wir sind irgendwie wieder... Oh Mann, ey. Jay. Du Noob. Was hatten wir Switcher? 150, 80. Ja, Jay. Hast du... Doch, da ist es. Wusste ich es doch. Wat ein Glück. Das wäre ja echt mega ärgerlich gewesen, wenn ich mich da vertan. Zum Glück haben wir es nicht getan. Sondern erstmal schnell irgendwie sie billig hier, äh, ne? Holz holen. Alter, das ist so wenig Zeit, die man hat. Komm, hopp. Gib Gehörs. So. Muss erstmal reichen. 15 Sekunden noch. Erstmal hier weggehen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass hier jetzt keiner in der Nähe ist, ey. Und da haben wir schon einen. Stirb! Stirb! No! Okay, ähm... Ihr macht das, ne? Ich habe ja noch genug Leben. Ich glaube, ich renne jetzt hier einfach mal. Ähm... Lalalalalala... Mich nicht gesehen. Ich verstecke mich hier jetzt ganz schnell hier weg. Ich hoffe, hier findet uns keiner. Oder mich keiner. Sonst... Wartet mit Jay. Hä? Oder war einer? Okay, da bin ich jetzt tot. What the fuck? Achso. Ich verstehe. Ihr wollt teamen. Ah. Okay. Fnatic's 99. Maribet 232. Könnt ihr haben. Wenn ihr den gerne wollt. Dann teamen wir ne Runde. Alter Vater, ey. Das war echt... Alles... Sehr, sehr, sehr knapp. Hier sind zu viele. Okay, der tötet. Haboy! Töten! Ich mach dich platt, Junge. Noll. Ho! Alter! Stirb! Wo ist der denn? Jawoll! Nice one! Sehr gut! Sehr gut, Team. Darf ich jetzt alles bekommen? Hier, weil das hat... Äh... Splash. Damage. 130 Damage. Cool. Fnatic's. Fnatic's. Ja, da werde ich hier angedingsst. Äh... Ich weiß gar nicht, wie man zurück-resparen kann. Okay. Wohin gehen wir denn jetzt? Komm, ich sag mal Yahoo! Lol. What the fuck? Warum ist denn das Game jetzt gecrashed? Oh, Mann. Boah, ist das ätzend. Okay, neuer Patch. Das ist ja mal ziemlich scheiße. Okay, ähm... Ich werde jetzt probieren, dann noch einmal eine Runde aufzunehmen. Ich hoffe, das Game crasht nicht wieder. Ansonsten, wenn es nochmal crasht, dann tut mir das sehr leid. Äh, dann war es das jetzt hiermit für die, äh, Minecraft Hunger Games Runde. Ähm... Ansonsten werdet ihr dann natürlich mich dann noch weiter labern hören, ne? Also, ich sag jetzt erstmal, hauen sie rein. Oder ich sage gleich, welcome back. Also, tschüss. Tschüss.